ja mo mo leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von 60 bar 6 wir sind schön am überleben zusammen mit den guten alten edgars wenn dessen sich die frau anscheinend ein facepunkt gibt keine ahnung vielleicht unterhalten sie sich gerade wo wir stehen geblieben wir wollten eine batterie oder eine maske herstellen die batterie her oder wobei er die maske so dd ist für einsatzbereit ja gleich finden wir sie morgen los du bekommst keine luft mehr und wirst paranoid du hast das dringende bedürfnis nach draußen zu gehen obwohl du wahrscheinlich sterben würdest jemand muss es dir sagen captain du leidest an lagerkoller die gute nachricht ist das ist normal claustrophobie ist in dieser situation unvermeidlich die schlechte nachricht sich selbst zu beschäftigen ist das einzige heilmittel was möchtest du tun essen ist wahrscheinlich die gute von warum wir die socke und dann schicken wir gleich den los gucken wie lange wir noch überleben tag 101 leute 101 kommen uns geht es richtig gut ich habe die socke zwar verloren aber egal du hast die socke zur behandlung eines lagerkollers benutzt die ereignisse waren erstaunlich nicht nur wegen ihrer wackelaugen die immer zum tod lachen sind auch wegen der lustigen stimmen die du ihr gegeben hast aber sobald du die socke über deine hand gestülpt hast waren deiner fantasie keine grenzen gesetzt deine abenteuer mit der socke erstreckten sich quer durch das shuttle jede bodenplatte hast du nach geheimen schatzkarten durchsucht und drachen aus allen dunklen ecken vertrieben du hast sogar eine maske von der du nichts wusstest an bord gefunden das war ein magisches erlebnis aber ich habe doch gerade eine gebaut die ressourcen habe ich trotzdem verloren ja danke geil warte wir schicken jetzt mal die die los wir haben keine neuen sachen gefunden wird sagen wir gehen heute mal zur schlucht und nehmen ich habe kein feuerzeug am start die schlecht wenn ich kann eigentlich nichts mitnehmen na komm die die erstmal so los das passt schon schaufeln feuerzeug ja gut wissen was wir auf jeden fall recyceln werden aber stellen wir erstmal die batterie okay wir halten eine kodierte übertragung unbekannten ursprungs es könnte sich um einen notsignal handeln um irgendeine nachricht oder um so ziemlich alles mögliche andere wir werden wir werden es erst herausfinden wählen wie sie uns anhören ja gut wieso nicht ich bin so weit gekommen also was soll doch passieren was soll passieren so gestern haben wir eine übertragung gehalten wie sich herausgestellt hat handelt es sich dabei um um eine nachricht von einer anderen gruppe überlebender die im weltteil gestrandet sind und um hilfe flehen leider ist es uns nicht möglich den genauen standort der anderen verschollenen zu bestimmen aber das wissen dass du hier draußen nicht alleine bist aber wir haben doch die die sträflinge was ist mit den sträflingen oh guck mal jetzt zieht er jetzt liest er da nachrichten nice recyceln wir mal das feuerzeug das brauchen wir am ehesten wieder captain es kommt schon wieder ungewöhnlich viel krach aus dem nest der edgars diesmal scheint das problem ein familienstreit darüber zu sein in welcher ecke des shuttles sie urlaub machen wollen zwar sind streitereien bei isolierten gruppen von individuen ganz normal aber das klingt nach einem ernsthaften problem und außerdem sind sie schließlich deine nachbarn wirst du nach den edgars sehen ja komm nicht dass die sich da gegenseitig umbringen wir wollen ja freundlich zu den edgars sein ne jetzt tötet er mich bestimmt oh ich bin empfungen an scheiße schlechter zeitpunkt du hast ide und erner edgar dabei geholfen ihren familienstreit beizulegen ide war so dankbar dass er dich eingeladen hat irgendwann mal ein bisschen staubball zu spielen du hast dankend abgelehnt mit der begrüßung mit der begründung dass du für ihr haus zu groß bist allerdings hast du dich besser gefühlt weil deine beziehung zu deinen nachbarn verbessert hast ich bin am arsch hab vergessen zu essen probieren das mit der kanone scheiße scheiße kack wenn jetzt alles deswegen vorbei ist ich werde mich für immer hassen dachte schon da stehe ich jetzt ende oh gottes willen ich könnte es zwar reparieren aber ich nicht ein ah die gefangenen da sind sie doch die guten alten kollegen oh man okay verbessern wir ähm ja komm die rüstung wie lange können die unwetter auf diesem planeten anhalten du wirst ratlos wir müssen etwas dagegen tun werfen wir doch mal einen blick auf unseren bestand und denken uns eine ablenkung aus entscheide dich für irgendwas captain ich würde eine aktivität vorschlagen wir nehmen die verbandskasten weil die waffe brauchen wir um die typen zu verscheuchen auch wenn der verbandskasten weg ist das nicht so schlimm wir bauen den einfach neu ganz easy er ist weg ja gut so wir haben ein feuerzeug super nice 16 energie angezapft die hat bei seiner bei ihrer bei seiner okay ein feuerzeug geborgen eine suppe nur gut gibt schlimmeres müde ein bisschen müde ist okay ist nicht so schlimm alles gut habe ich ihm jetzt essen gegeben oder nicht okay wir bauen somit einen neuen Verbandskasten ne okay oh shit hast du dich in letzter Zeit äh hast du in letzter Zeit in den Spiegel geschaut Captain ich kam dich umher zu bemerken dass du einen Ausschlag zu haben scheinst ich hoffe es ist nichts ernsteres aber wir können nicht ausschließen dass es ein Symptom einer gefährlichen Krankheit ist man kann nie vorsichtig genug sein ich würde dir wärmstens empfehlen etwas dagegen äh gegen den Ausschlag zu unternehmen ich schwöre ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit ich kann leider nichts machen wie war das eigentlich hier du hast dich dafür entschieden der Langeweile mit dem Erste-Hilfe-Kasten den Kampf anzusagen die darin befindlichen Hilfsmittel eignen sich nicht nur zum Heilen von Verletzungen sondern auch zum Improvisieren du hast ein Brettspiel aus Pillen und Bandagen und Pflastern kreiert das kreative Schaffungsprozess war eine hilfreche Ablenkung bitte hör auf mich zu fragen ob ich gegen dich spiele du weißt wie das enden würde ich gewinne jedes Mal okay Dede hat ihre Mission beendet kann sie auch bald wieder losgehen bitte nicht Ende oh Tark 107 wie geht's mir? ja hallo Captain ach du meine Güte du siehst heute echt nicht so gut aus der Ausschlag hat sich offenbar über deinen ganzen Körper ausgebreitet du scheinst zudem Fieber zu haben Captain du hättest deine Krankheit nicht unbehandelt lassen sollen ich hoffe du erholst dich schnell das Schicksal der Mission lastet auf deinen Schultern aber du weißt ja kein Druck du beschwerst dich nicht länger über die Rationen endlich okay schwach wir müssen wir sind nur schwach wir werden wieder von alleine gesund das Problem ist wir müssen fit sein wenn die Typen wieder kommen was so viel heißt wie der Verbandskasten wird gleich inhaliert Captain Dede hört dich auf geht's dir gut endlich? sie ist ein bisschen ungrig das heißt morgen kann sie wieder los Captain Dede hört nicht auf dich anzustarren sie beobachtet dich sogar beim Schlafen neulich hat sie mir alle möglichen persönlichen Fragen über dich gestellt und ich meine so persönlich wie deine geheime Personalakte ich würde deine Daten nie mit jemandem teilen Captain du bist doch mein bester Freund war nur ein Witz das Protokoll verlangt ist ich vermute dass Besatzungsmitglied Dawkins versucht dir näher zu kommen Suppendosen zu teilen sind gegenseitig die äh Suppendosen zu teilen sich gegenseitig die Raumanzüge zu waschen Händchen zu halten was Menschen eben so tun schätze ich ich habe bis jetzt noch nie gesehen wie sie wie sie sich jemanden so geöffnet hat Captain ich kann dir nur raten nicht mit ihren Gefühlen zu spielen was sagst du empfindest du ihr gegenüber auch so? Äh Logo wenn's ihr gut geht bringt sie richtig gute Sachen mit das nutzen wir aus außerdem haben die auch menschliche Bedürfnisse Scheiße nein er ist da Kacke aber ich bin nicht fit du hast äh Besatzungsmitglied Dawkins deine Gefühle gestanden es bestand absolut keine Notwendigkeit das mit so großen Gesten zu untermalen wie zum Beispiel es in die Weiten des Kosmos zu rufen dem Kosmos ist es egal Captain ihnen juckt es nicht ihnen juckt gar nichts find ich gut vom Besatzungsmitglied Dawkins kann man das nicht behaupten ihr scheint das wirklich wichtig zu sein versuche das nicht zu versauen Captain Dede schenkt ihr Vertrauen nicht einfach irgendwem ok Dede ist in mich verliebt seelenverwandt nice mit der Waffe gehen wir ihm an den Kragen und Dede würde jetzt höchstwahrscheinlich irgendwo hingehen und nochmal was sammeln für uns äh am besten hierhin in den Sumpf ne kannst du nämlich nur ein paar mal die Emmeralien für uns sammeln hier nimm das Feuerzeug ich hoffe du verreckst daran nicht und die Gasmaske bitteschön weil sie geht in den Sumpf macht sie ja pfft 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 explodiert alles aber gut ich probier's ich probier's und ich hoffe dass ich fit genug bin das zu überstehen was jetzt passiert ja alles gut ok Feuer frei bla bla hier Verbandskasten und Nahrung für dich wir verbessern wieder irgendwas oder was oder stellen wir was her ich glaub die Sockenpuppe erstellen ist erstmal wichtiger ah die Gefangenen ah ist der der ja haha müssen wir nicht drüber reden müssen wir nicht drüber reden Leute uns geht's wieder gut ah guck mal da sind die beiden wieder die Edgas vereint wunderschön Edi Edgar bittet dich um deine Hilfe bei einigen Heimwerkarbeiten Captain deine scharben Nachbarn stellen gerade die Familienkapelle fertig wo sie jeden Abend Messe zu Ehren ihrer Gottheit Krümel dem Gott der dreckigen Küchen abhalten wollen Edi sagt dass nur irgendetwas schweres braucht um das Projekt fertig zu stellen ich werde ihm die Waffe leihen er ist mein Nachbar und wenn 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 ich deswegen sterbe dann ist das dann ist das aber die Waffe ist noch da du hast den Edgas die Waffe geliehen damit sie ihr neues Bauprojekt fertigstellen konnten Edi und seine halbwüchsige Tochter Betty sind mit der Waffe in ihr Loch verschwunden die nächsten paar Stunden schalten Schüsse und erstaunlich kreative Flüche durch das Shuttle einige Stunden später brachten sie die Waffe zurück und überreichten dir auch einen Verbandskasten den sie in einer Wand des Shuttles entdeckten High Risk High Risk Siehst aus als hätten wir einen Leck Captain die Sprinkleranlage hat sich verselbstständigt und jetzt wird absolut alles nass du musst etwas unternehmen bevor unsere Vorräte komplett absaufen okay machen wir so verbessern wir mal den Kommunikator das läuft echt gut momentan hätte ich nicht gedacht dass wir so lange überleben los ist es geschafft Captain deine gewaltige Stärke hat es dir spielend leicht gemacht das Ventil abzudrehen und die Wasserzufuhr zu unterbrechen das hat dir genügend Zeit verschafft um die Sprinkler zu reparieren ich freue mich dir mitteilen zu können dass unsere Vorräte in Sicherheit sind und die Wasserreserven nicht beeinträchtigt wurden sehr schön so was recyceln wir denn heute so schönes haben wir irgendwas noch nicht verbessert die Batterie haben wir noch nicht verbessert ne oh nehmen wir die Batterie auseinander etwas viel wie ein Blitz vom Himmel und nun bist du überrascht darüber dass wir von einem Schwarm geflügelter roter Viecher umgeben sind ich sehe nichts äh natürlich habe ich dieses Szenario Nummer 87394b bereits vorhergesehen die kleinen Kreaturen fliegen in Wellen gegen den Rumpf wodurch dieser Nachhalt wie ein Lautsprecher bist du Gott haltest durch den Rumpf wir suchen schon seit vielen Generationen nach dem einen der uns zum Schwärmen bringt mit jedem Planeten den wir besuchen werden wir immer schwächer bist du der eine ich persönlich finde ja dass du ein grandiose Anführer eines Kult wärst Captain deine Entscheidung ja Logo Logo äh was kann ich eigentlich von Montau verbessern ich kann das Herstellungs das Herstellungsmodul können wir doch weiter verbessern oder können wir das Buch herstellen und ich denke nicht dran oh Gott bin ich blöd wir müssen jetzt nächstes Energie sammeln mit Dede wieso denke ich da denn nicht dran ach Gott ich bin so blöd Tag 113 sie hat das Buch mitgebracht sie hat das Buch ne ich hab ich hab ich hab das Buch selbst beschafft ich hab das Buch selbst beschafft wir haben es geschafft Leute es geht endlich weiter nach 5 Folgen unglaublich der Schwarm kleiner roter Außerirdischer hat über die Vibration des Rumpfs mit dir gesprochen du hast versucht ihnen zu antworten doch sie sind einfach nur über unser Schiff geschwebt wir fliegen über frischer Gülle äh doch dann hast du etwas äh hast du das Artefakt ergriffen und es geschah etwas erstaunliches sie bewegten sich in Einklang mit deinen Händen du redetest und sie antworteten mit fliegenden Bewegungen eure Gedanken müssen sich gekreuzt und dir vertrauen äh gekreuzt und dir das Vertrauen der Außerirdischen Fliegen beschert haben der Schwarm spaltete sich mitten in der Luft und offenbarte ein Buch sie trugen es sanft durch die Luft und direkt in deine Hände danach flogen sie deine Lippenbewegung nach als du ihnen Passagen daraus vorlast zum Schluss umkreisten sie dich eifersüchtig und zischten davon das Buch haben sie für immer dir überlassen und der Spuk in deinem Kopf ist jetzt auch vorbei ah Dede okay die Gasmaske wird damit gebracht ja okay gut ja eine Suppe besser als gar nichts so Dede wie geht's dir bist du ein bisschen müde ja dann nimm die Sockenpuppe ah scheiße oh oh wenn das jetzt nicht klappt ne das wäre der Horror das wäre der Horror bist du ungericht? nein es muss einfach klappen bitte Tag 14 nein 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 es hat nicht funktioniert ich hab grad das Buch bekommen es hat nicht funktioniert er es hat nicht funktioniert ich war so gut ich war so gut es hat einfach nicht funktioniert verdammt verdammt oh nein nein ich hab's nicht gelesen ich werd das im Schnitt gleich nochmal halbwegs durchlesen teile dein Abenteuer das ist verdammt lang gewesen Leute das ist verdammt lang gewesen da sieht man immer wieder den Roboter aufploppen immer wieder den Roboter aufploppen immer wieder den Roboter aufploppen alter ja gut ich würd sagen äh haben wir jetzt eigentlich genau eine Woche? ähm nein wir haben nicht genau eine Woche denn wir haben heute Samstag laut meinen Ränderarbeiten müssten wir jetzt quasi am 10. äh 11. sein und ich werd jetzt nochmal vorlesen was am Ende quasi noch da stand wir gucken hier mal ganz kurz nach Moment so da haben wir's da stand folgendes der Plan war sauber ausgearbeitet den Eindringling loszuwerden eine schön heiße Suppe essen und warten bis alles vorbei ist leider hat das nicht so gut geklappt und jetzt bist du mitsamt dem Rest deiner Mannschaft gefangen genommen worden das ist echt keine schöne Lage du weißt schon kurz vor der Auslöschung durch einen Todesroboter da beneide ich dich wirklich nicht ich kann nicht viel für dich tun wenn es dir also nichts ausmacht stelle ich mich dieses Mal auf die Seite des Feindes ich meine naja sie sind Roboter ich eine künstliche Intelligenz damit sind wir quasi Technik-Consors oder so jedenfalls war es eine tolle Reise mit dir Captain genieß den Rest deines Lebens solange du den noch hast DD ist immer noch hellwach du hast keinen Hunger mehr du bist heute ein Form-Captain jetzt strotzt du vor Energie DD hat sich ausgeruht ja ähm schön das äh war's äh dieses Mal mit Sixty Parsecs wir sehen uns am Montag wieder zu der nächsten Runde haut rein euer Serot äh